Flexibel und mobil, so wird die Wissensarbeit der Zukunft aussehen. Durch die digitale Transformation hat diese Entwicklung jedoch enorm an Geschwindigkeit aufgenommen, die selbst Stefan Rief, Leiter des Competence Centers Workspace Innovation, so nicht hat kommen sehen. Mich hat überrascht, wie schnell manche Sachen eingetroffen sind. Also dieser Wunsch nach autonomeren Arbeiten, den wir dort prognostiziert haben. Wir hatten ja verschiedene Prognosen gemacht für 2020, 2025, 2030. Und ich bin doch überrascht, wie schnell vor allem so aus den Belegschaften heraus der Wunsch nach neuen Formen der Arbeit gekommen ist. Das merkt man eigentlich gerade an ganz, ganz vielen Unternehmen. Das hat mich überrascht auf der einen Seite. Was mich noch viel mehr überrascht hat, ist so dieser, noch nicht überall, aber wir hatten damals ja auch diese Coworking Spaces, diesen Coworking Boom prognostiziert. Ich hätte gedacht, der kommt später. Man sieht aber natürlich, wie massiv sich der in manchen Städten, wenn man jetzt gerade an Berlin denkt oder vor allem mit Metropolregionen durchsetzt. Das war sehr erstaunlich. Die Arbeit mobil von unterwegs oder aus der eigenen Kaffeeküche verrichten. Für viele Arbeitnehmer eine Idealvorstellung. Doch wenn wir alle zukünftig nicht mehr im Büro arbeiten, müssen Unternehmen dann überhaupt in die Modernisierung der Office-Infrastruktur investieren? Das ist natürlich ein Trugschluss, der häufig gemacht wird, dass man denkt, wenn wir jetzt alle flexibel und autonom und von zu Hause aus arbeiten, dass man dann weniger in die Arbeitsumgebungsinfrastruktur des Unternehmens investieren müsste. Ich glaube, man muss da einfach viel mehr Gedanken investieren. In unserer Studie kann man eindeutig nachweisen, dass diese Autonomisierung des Arbeitens tatsächlich was bringt. Auch ganz leicht für Produktivität, für Motivation, für Wohlbefinden. Selbstverständlich, dass Arbeit und Freizeit zu verknüpfen würde, mit der Arbeit angenehmer wird. Die Bindung ans Unternehmen steigt. Es hängt ein bisschen ab von den Abwesenheiten. Aber was wir genauso in derselben Studien nachweisen können, ist einfach der Zusammenhang. Und da sind die Zusammenhangs-, die Korrelationsfaktoren noch viel höher zwischen Zufriedenheit und Motivation mit der Arbeitsumgebung. Das heißt also, diese Arbeitsumgebung verändert sich und die muss eigentlich natürlich auch reagieren. Was brauchen denn die Leute, die vielleicht weniger im Büro sind, wie verändert sich sowas? Und zum Beispiel brauchen die dort auch Konzentration, Rückzug. Zwar Kommunikation, aber auch viel Konzentration und Rückzug, den sie vielleicht im Homeoffice oder unterwegs oder in der Bahn oder am Flughafen nicht finden können. Im Mittelpunkt der Digitalisierung sollte laut Stefan Rief immer der Mensch stehen. Für den Wissenschaftler wird daher die Förderung der Zusammenarbeit durch intelligente Lösungen ein wesentlicher Treiber des digitalen Wandels sein. Ich bin ganz sicher, wir werden im Büro, wenn ihr zu einem Hardware denkt, einfach dieses großformatige digitale Arbeiten an Tischen, an Besprechungstischen, an Wänden erleben. Und die ersten Vorboten der Automatisierung von Büroarbeit, also der intelligenten Automatisierung von Büroarbeit erleben. Das heißt, noch weniger Routinetätigkeiten und auch unstrukturierte Tätigkeiten, die von intelligenten Algorithmen unterstützt werden. Von der Digitalisierung können vor allem mittelständische Unternehmen profitieren. Bedingung, der Mittelstand muss den Wandel annehmen. Ich glaube, das größte Risiko ist, wenn wir es nicht mitgestalten in der Art, wie wir das haben wollen. Und auf der anderen Seite, ich sehe viel mehr Chancen, weil wenn man sich anschaut, wie viele doch Probleme und Dinge wir noch auf dieser Erde zu lösen haben, dann glaube ich, hilft uns manchmal unterstützende Algorithmen und Intelligenz. Deswegen glaube ich, es gibt genug zu tun. Schön, wenn uns jemand hilft. Schön, wenn es hilft.